hoffentlich kommt jetzt keiner zu mir weil ich will wissen was das ist bestimmten spielzeug oder sowas nee nee oh mein gott was passiert das musst du gleich selber machen das ist so geil wir müssen zuerst im neuen gebiet landen das war so fettig ich habe mich so ablenkt und dann kehle ich den so mit dem headshot mit der diegel erster kill dann nachher die klatschen ist auch immer das beste am besten sind nur noch die fliegen die nach dem klatschen immer wieder aufstehen so dass wir jetzt nichts so habe ich jetzt mal fertig mit den namen hast zweiter kill junge wie du abtickst symbolische das war echt kranker headshot so jetzt kann ich mir doch einen road trip lama holen ich habe noch eine kiste gehörte ich bin eine falle gelaufen ich wusste ja nicht wie ja reinlaufen das war schon mal komplett mit dir die stadt gedacht er wird hier so hart reinschalten der typ der ist so schlecht ich glaube das nicht paradise paum ich wollte nicht melden halte wieder erst gar nicht reiht dass da einer ist da kommt noch kommt noch ein team ich habe mich raus ich habe wohl ich habe wohl gut aus ah ah dauernd wahrscheinlich ja ja so er ist okay ja alter ja kommt anstatt uns zu killen ich bin komplett am arsch ja komm mach 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 auf nein ja ich glaube ich schaffe nicht bruder ich schaffe es nicht ruhe ja ich glaube ja ich gehe hinzu oder schaffte ich es obwohl doch das müsstest du erschaffen dinge fliegen sehr viele hin ich bin direkt in spitzhacken duel dass ich klar klar verlieren werde deswegen glaube ich auch weg nein er hat mich gehackt er hat mich gehackt ich bin kurz auf der pinkelpause ein moment ha 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 immer schön eingebrochen ja wo ich noch mal voll verkackt und ich habe viele hier wenn Cyber habe ich wo ich weil wir hat hat hier ist alter ist der zu mir sage ich bin und zu mir habe ich habe einmal gehettet haben einmal geht er kommt noch ein anderer ja ich habe ich habe keine waffe ich kann nichts weiter als wegrennen dreckig an los geht da kommen dürfte gelaufen ich muss mich heilen entweder ich habe mich zu heilen oder ich bin tot der das geht es darum okay weiter geht es geht der drift kommt zu dir durch die haupte erforderung ich habe nur die da will ja achse doch locker natürlich ich habe eben drei stück damit geholt wird hier sind pappt ganz okay was ich war hinter der wand da habe ich gesagt erst okay ich spiele solo gegen du wollen mich verarschen jetzt geht's ab jungs ich habe euch von anfang an gesagt das ist die runde ich fliege mal so dass sie so dass sie rein sagte und dann steht das alles ich habe euch von anfang an gesagt das ist die runde das ist die runde ja super mann ich habe meine forts